ja hey willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play play kitten in der letzten folge haben wir da ist eine riesige schnecke mit ron haben wir ja für die megasen dieses komische relikt gefunden was uns war von den roten ich nenne sie jetzt einfach die roten abgeluchts wurde mit dem steuerkopf kannst du auch zeugs machen und ja wir haben informationen bekommen dass farmer ja angegriffen werden von irgendwelchen hunden und um die kümmern wir uns jetzt vorhund genau so man ist okay so 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 wenn ich okay sicher die level scheint nicht so lange zu sein weil es hier was ich sieben drohen nur gibt und zwei es gibt zwei datenpacks ich hoffe wir ja in einem pack weiß ich nicht hier typen seiter wieder die weißen gleiche level wie letztens ich kann das war ich habe keine lust hier weg war das schon wieder so ein typ kann sie gar nicht bekämpfen ich krieg die nicht kaputt er dreht sich immer um er diese typen nicht wir sind besiegbar war eine müde man kann es aber auch voll übertreiben was zweifeligen da ist aber ich muss alle ab der führung der führung soweit da möchte ich was mag man ich erkenne das schon langsam sehr gut kann am ende des spiels ungefähr nein weil ich würde auch noch was außerhalb der karte das nicht mehr hey es war nicht schon scheiße warum war auch noch was jetzt außerhalb der karte nicht nicht egal weiter weiter natürlich mit der jetzt nicht an der wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie so ein posten am ende und mir auch vorstellen wo ich hin muss verdammt was gelogen da war es überhaupt nicht sicher komm mal her dass diese vorne oder sind diese weißen typen na klar du sagst du kannst es wagen mal warte verdammt war jetzt mit meinem skiffing mit meinem was ich weiß wenn das momentan vor so voll weg treten weil die piecher viel stärker aussehen also ich wollte gerade sagen jetzt hat voll gebracht aber die dinge haben mich erwischt wir sind irgendwie unten hier fest gesteckt geblieben wir schon noch nicht aber wir übrigens den um ganz ehrlich was ich mein mein fliege bringt den typen nicht um lass ihnen leben wir müssen irgendwie schatz drohen ich möchte meine schatz drohen irgendwo finden aber wo sind sie aber nein nicht so weit schon wieder nicht gut jetzt nochmal nachgucken was da ist so einfach sehr wohl auch wieder nicht nix warum ein idiot also ich nicht so weiter easy boy sehr gut sehr gut bleibt oh gott das wollte ich gar nicht aber ok war der muss hat voll gut zu dem kostium gepasst erst mal hier die ganzen fliecher legen so das ding weg dann ist langsam richtig truhen wie so weit voneinander platziert sind dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen länger verdammt wenn wir jetzt eigentlich schon so im endspurt der trainings trainingssession der aufnahmesession eingestellt weil das wird mir nicht gewählt anscheinend das ist einfach voll im möhre irgendwie durch rennen durchdrehen ich drehe voll durch die video versuche mich anzugreifen warte willst du ok da ist richtig verdammt auf dem weg von die randale ich bin irgendwie nirgendwo sicher kann sein war die erste truhe und jetzt werde ich glaube dass wir einfach durch warte in der session wo ich alles sammeln werde mit reinpacken mach mal so sag ich jetzt mal immer irgendwas rumlaufen warum fliegen was mich verfolgt es ist mir am verfolgen gibt es auch nicht so noch kein datenpack oder kein skiff gefällt mir auch nicht erwachen wups und weiter ja gut eine gute ganz ruhig ganz ruhig ein bisschen durchrasen tue ich schon aber ich glaube viel verpasst habe ich auch noch nicht ich bin eigentlich gedacht noch mit dem sicherungslaufen zu dem zeitpunkt irgendwie nicht so ist dann für den angriff vom weiten so eine gute verdrohen kannst du mal bitte naja sie will nicht will einfach nicht so irgendwo könnte jetzt mal so ein dinge auftauchen so ein skiff oder datenpack oder was weiß ich dann wollte ich verdammt nein da wollte ich nicht rein wir gucken was da ist okay ob er klein ist ich glaube schon sagt ist war bis er sich würde er sich aus meiner sicht verbissen und da kommt ganz schön viel ist du hältst hat doch außer unten oder schmerz da sind ein bisschen zu viel von diesen füchern war das sei er mich knapp als ich das dinge folgenden explosive teiler geschmissen na klar hier komme ich da oben bin ich glaube gar nicht mehr war jetzt aber echt nicht gleich als kopfgeldjäger ich war die ganze zeit darauf ja ich habe jetzt ein so ein ding übersehen hat heißt ich freue mich jetzt halbe karte derzeit nach oben und sie mal unten es wie sagt wir mehr man nicht sich ob wir ganz im weg mit dem piech herumlaufen sollten er war er war er war er war kann sein dass ich immer noch und schlafen der goldfisch und so schon wieder da habe ich doch schon genug goldfische und so gefunden hat sich schon wieder dort welche richtig verdammt bei der feier hat sogar nach oben da kann er ja kein checkpoint sein vor orientierungsprobleme in der level da sagt er daran er war 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 ich dachte da kommt man wieder nach unten jetzt bin ich doch wieder neugierig war da unten war es erscheint der offizielle oder tour mal wieder sind auch selten mittlerweile sind der level jedenfalls was noch weiter wollte ich wollte es wohl ich wollte es wohl ich nächstes mal in den anderen weg lang mit spritz okay golfisch ich finde keine datenpäckse aus gifs bleib ich nicht so weit es war knapp jetzt hat's gemacht so warte mal hier noch alles wahrscheinlich nix weil irgendwie war ja nicht viel in der level versteckt bis jetzt was wäre das kaputt gemacht ich glaube ein schwein pfeift das war nichts nix ok man ist irgendwie so traurige ausbeute in dieser level ich soll gefühl ich stelle hier als irgendwie am kopf ich bin aber trotzdem nix also ich muss hier jede einzelne kapsel oder kaputt machen irgendwie sowas ja schmeißen wir alles in die ins projekt der level die ich noch mal besuchen muss um alles zu bekommen das ist ein wirklich gegangen nicht so gemacht was ja hier kommt schon wieder von den wohnen sie ist dann ist sie bei einer angriffsanimation noch drin er war war nein hilfe wird er nicht dass er schon genug zeit so hahaha das hat mir nichts gemacht verdammt ja so ist tief genug und weiter ich bin gleich am ausgang wie noch weiter das war weniger ganz und mehr daten ist sonst gibt es konnte mein fisch nicht vorbei ja und mehr kann ich nicht machen oder ok feuer und wind ok und dinge war das zwischen na es gibt jetzt mein zeit ist jetzt da ich glaube das war schon richtig deswegen gehen wir woanders sind amt da muss irgendwie abstellen anscheinend nur wie man ausdauer das hat wirklich wert da irgendwo ein skiff ich habe jetzt nicht gesehen egal wenn wir die level sah schon irgendwie seiner ausgang aus ich wollte schon sagen was hat er mit einer riesige truhe das ist eine daten des die letzte daten ist hier im sammeln das mob dingen 3 und er denn ich bitte euch war ja gar nichts werden ganz weg da hoch weiter boah jetzt bitte nicht in das ding wieder ein sehr gut da wie sieht es aus sollte man so lange bis erledigt welche und die unter koffein ja habe ich sorge für ich glaube irgendwie zähne bringen damit ich boah das war knapp hey kid bist du okay? aha was willst du? ich denke du würde es nicht wehren ich bin hier schnell gekommen was macht sie hier? was machst du hier? kannst du nicht deine Nase aus unserer business? es scheint nicht so so what are you doing out here in the middle of nowhere and what have these people done to you? to me why you uninvited furball okay oh wow how did i not see that coming? come on skiffy let's go somewhere where we're not i want it even more okay so jetzt fehlen noch zwei level und in der haben wir glaube ich ganz viel verpasst verdammt ich aber sagen in der nächsten folge werden wir mal alle sachen die uns noch fehlen ja einsammeln und auch immer hat alles sein wird zwei dinger vier wir haben keins gefunden und vier dinger brauchen wir noch 81 prozent sehr gut ich glaube wir können nichts kaufen ne na gut na gut ich würde sagen ich beende die partie und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play blade kitten ich bleibe mich alle herzlich zu zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge ich bin ich bin ich bin ich bin